Willkommen zu einer kleinen Reihe von Anleitungsvideos für den Videokonferenzdienst von Dataport auf der Basis von Jitsi. Ihr seht nun ein Einführungsvideo, das Euch die Voraussetzungen und Möglichkeiten von Jitsi erläutert. Jitsi ist ein Videokonferenzdienst, der von Dataport für die Schulen des Landes Schleswig-Holstein kostenlos zur Verfügung gestellt wird. So ein Videokonferenzdienst besteht aus einem virtuellen Konferenzraum, der über eine Webadresse oder eine App zugänglich ist. In diesem Raum können sich mehrere Teilnehmer per Audio und Video live treffen und austauschen. Eingerichtet wird der Raum von einer Person, die als Veranstalter oder Moderator fungiert. Die Moderation sorgt dann auch dafür, dass Ihr als Teilnehmende in den Raum kommen könnt. Doch dazu später mehr. Was benötigt Ihr, um Jitsi einsetzen zu können? Erst einmal braucht Ihr eine Internetverbindung, die eine ausreichende Bandbreite hat. Sonst werdet Ihr unter Umständen mit Bilddrucklern und Tonaussetzern zu kämpfen haben. Eine schlechte Mobilfunkverbindung wird auf alle Fälle Probleme aufwerfen. Bittet Eure Lehrkräfte, erst einmal ein Technik-Meeting abzuhalten, damit Ihr checken könnt, wie gut Eure Verbindung arbeitet. Wie Eure Lehrkräfte ein Technik-Meeting durchführen können, zeigt Video 2. Dann braucht Ihr ein Endgerät. Das kann ein normaler PC sein, ein Notebook, ein Tablet oder ein Handy. Auf alle Fälle sollte das Gerät eine Kamera, ein Mikrofon und Lautsprecher oder Kopfhörer haben. In mobilen Geräten sind solche Komponenten in der Regel bereits verbaut. Bei PCs muss man häufig nachrüsten. Eine einfache Webcam reicht. Meistens haben die auch bereits ein Mikro eingebaut. Und last but not least braucht Ihr eine Software. Hier hängt es davon ab, mit welchem Betriebssystem Ihr arbeitet. Bei Windows-Geräten müsst Ihr auf alle Fälle einen Chromium-basierten Browser benutzen. Das kann Chrome selbst sein oder auch der neue Edge-Browser von Microsoft. Auch Chromium als Open-Source-Variante geht, ist aber nicht ganz einfach zu installieren. Ebenso funktionieren Opera oder Vivaldi. Achtet auf alle Fälle darauf, dass Ihr keine anderen Browser benutzt. Die Verwendung von Firefox oder dem älteren Internet Explorer zum Beispiel kann die technische Qualität eines Meetings erheblich reduzieren, auch wenn nur ein einziger von Euch während eines Meetings solch einen Browser benutzt. Bei iOS- und Android-basierten Geräten solltet Ihr daher auf eine App zurückgreifen, die in den jeweiligen App-Stores zu beziehen ist. Sie nennt sich Jitsi Meet. Leider sind diese Apps in ihrer Funktionsvielfalt eingeschränkt. So könnt Ihr bei beiden Apps keine Medien per Bildschirmfreigabe zeigen. Die Möglichkeit zumindest per Frontkamera analoge Medien live abzufotografieren, beherrschen aber beide Apps. Nun sind die technischen Voraussetzungen erst einmal geklärt. Es folgt Schritt 2. Wie kommt Ihr eigentlich in einen Jitsi-Raum hinein? Dazu braucht Ihr nur einen Weblink und Euren Namen. Es reicht Euer Vorname, Hauptsache Ihr könnt alle während des Meetings auseinanderhalten. Den Link bekommt Ihr vom Raummoderator oder der Raummoderatorin, also Eurer Lehrkraft. Wie Eure Schule die Struktur der Räume organisiert, ob nach Klassen oder Fächern, werden Euch Eure Lehrkräfte mitteilen. Wenn Ihr den Link in Eurem Chromium-basierten Browser eingegeben habt, könnt Ihr auf dieser Startseite den Raumnamen eingeben. Und dann kann es auch schon losgehen. Aber leider nicht sofort, denn Ihr könnt einen Jitsi-Raum nur betreten, wenn die Moderation ihn bereits gestartet hat. Ansonsten kommt diese Meldung. Gehen wir nun davon aus, dass der Raum läuft. Was könnt Ihr im Raum tun? Gebt zu Beginn Euren Benutzernamen ein und macht am besten erst einmal einen kurzen Technik-Check. Schaltet Euer Videobild und Euer Mikrofon über diese Schaltflächen ein. Meistens hat die Raummoderation die Mikrofone abgeschaltet, also muss man sein Mikro immer erst einmal anschalten. Das gilt auch für den Fall, wenn die Moderation mitten im Meeting alle Mikrofone einmal zentral weggeschaltet hat. Wenn die Kamera nicht funktioniert oder der Ton nicht zu hören ist, überprüft kurz, ob die richtigen Geräte in Eurem Rechner am Start sind. Das geht hier. Ihr seht, je nachdem, was so in Euren Rechnern an Multimedia-Geräten angeschlossen ist, es kann unübersichtlich werden. Bei Android- oder IOS-Geräten laufen Kameras und Mikros natürlich immer nur dann, wenn Ihr sie beim Starten der App auch freigegeben habt. Wenn das alles geklappt hat, könnt Ihr Euch unterhalten und Euch gegenseitig zuwinken. Über das Kachel-Symbol kann man sich schnell einen Überblick verschaffen, wer sonst noch im Raum ist. Wenn es nun zu Übertragungsproblemen kommt, zu Bilddrucklern und Störungen im Ton, kann man die Übertragungsqualität herunterregeln. Das macht man hier. Und wenn es nicht anders geht, muss die Kamera eben abgeschaltet werden. Neben Eurer Stimme und Eurem Bild habt Ihr noch zwei weitere Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit auf Euch zu ziehen. Einmal könnt Ihr Euch über diesen Button virtuell melden. Aber seid ein wenig geduldig. Das Icon, das eine Meldung für die Moderation anzeigt, ist reichlich klein. Es kann also einen Moment dauern, bis Eure Lehrkraft eine Meldung wahrnehmt. Ein anderer Weg wäre, den Chat zu benutzen. Hier könnt Ihr Textnachrichten posten und Euer Thema auf diesem Weg an alle im Meeting senden. Vielleicht nutzt Eure Lehrkraft den Chat auch aktiv, um Meldungen entgegenzunehmen oder zu Meinungsäußerungen aufzufordern, die nicht gleich wieder verloren gehen sollen. Was gar nicht gut funktioniert, ist, einfach über das Mikro ins Meeting zu quatschen. Bedenkt, dass wahrscheinlich alle anderen Kopfhörer benutzen, dann also ein Gequassel von mehreren Leuten auf den Ohren haben. Man versteht dann auch nichts mehr. Ihr werdet sehen, dass das Dazwischenreden in einem Online-Meeting ganz anders klingt und andere Auswirkungen hat als live in der Klasse. Und das kann ordentlich stressen. Gut funktioniert ist, einfach Tiefeln nehmen, um zu Meinungsäußerungen. Jetzt habt Ihr eigentlich fast alles erfahren, was Ihr braucht, um in einem Meeting gut teilnehmen zu können. Eine Sache fehlt noch. Die Bildschirmfreigabe. Damit kann man Medien vom eigenen Gerät ins Meeting senden. Entweder den ganzen Bildschirm oder nur ein App-Fenster. Auch ein Browser-Tab funktioniert. So geht das. Leider funktioniert die Bildschirmfreigabe, wie gesagt, nicht über die Jitsi-App. Man muss schon ein Gerät mit Chromium-basiertem Browser haben. Vielleicht ändert sich das in der Zukunft. Im Augenblick geht es jedenfalls nicht. Ihr könnt Euren Bildschirm übrigens jederzeit freigeben. Auch mehrere gleichzeitig. Dann seht Ihr die Bildschirmfreigaben auch der anderen in der Kamerakachelansicht. Auch hier funktioniert ein Meeting nur dann gut, wenn alle zusammenarbeiten und sich an die abgesprochenen Abläufe halten. Das Beste ist also, wenn Eure Lehrkräfte mit Euch erst einmal ein Test-Technik-Meeting machen, indem Ihr Eure Technik ausprobiert, Eure Kommunikation regelt und ausprobiert, wie Ihr Unterricht miteinander online gestalten könnt. Und dabei wünschen wir Euch und Euren Lehrkräften viel Spaß und Erfolg. Wenn Ihr weitere Fragen habt, wendet Euch an uns über die eingeblendete Web-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuhören.